und willkommen zu einem neuen app store check heute etwas später am abend aber immerhin jetzt habt ihr ein abendprogramm nennen wir es mal so checken wir doch einfach mal aus was abgeht und diesmal wieder im store für kleine ios devices kategorie gekauft rules auf platz 1 kategorie gratis messenger mit einer extrem beschissenen bewertung und umsatz stärkste clash of clans auf 1 wie immer oh ich sehe gerade ein ich sehe gerade game of war beziehungsweise love love hold auf da geht was schauen wir uns also rules an das ist also neu für uns heute 608 bewertungen fünf von fünf sterne von the coding monkeys rules ist ein niedliches puzzlespiel das spaß macht und fesselt die coding monkeys haben noch nie ein spiel veröffentlicht das nicht absolut brillant war also wird rules ganz bestimmt absolut brillant pocket tactics ich hasse spiele aber ich musste es haben stefan urbach aktivist und nörgler ja folge rules in ein possierliches ordnungslabyrinth aus 100 level 11,7 megabyte keine in-app käufe screenshots level 1 tippe zahlen in absteigender folge rules legen wir los bist du bereit tutorial folge die regeln tippe die grünen an grün 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 sind alle meine telefone aus den 70ern ok rezension fies dieses spiel wird mein soziales leben von 0,001 auf 0 runterdrücken ich hasse es jetzt schon es ist der todesstoß für alle beziehungen die ich fliege nur noch ein versuch dem spiel gelingt es durch seine gut ausbalancierte lernkurve immer wieder zu neuen fortschritten zu führen überbewertet daumen runter ziemlich langweilig bla bla genau denn dieses spiel kostet derweilen 1 euro 79 und jetzt bin ich sehr gespannt ich tippe mal auf öffnen ich glaube wir sind alle gespannt und wir schauen mal was uns erwartet tutorial willkommen bei rules tippe das einhorn an folge die regeln tippe die grünen an folge nun regel 1 tippe einhörner an tippe zahlen in absteigender folge äh neun sieben sechs beende ein level fehlerlos oder in fünf sekunden für bonus punkte fehlerfrei oder schnell ok rules legen wir los von nun an geht's bergab tippe zahlen in absteigender folge was die höchste zehn neun acht nein neun acht acht ok 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 2 ist der sechs level 1.6 gesamtpunkte sechs bisherige high score ok weiter tippe die grünen an grün 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 sind alle meine telefonen aus den 70ern dabei ist es ein kleines monster nun folge regel 1 absteigen 10 10 9 8 8 8 8 7 6 5 4 3 3 3 3 2 level mal 2 bonus 2 gesamtpunkte 14 high score tippe ungerade zahlen an krumme dinge was waren ungerade zahlen nach her 3 3 3 3 und dann gehe es vorbei punkte 14 die jetzt wieder von anfang an 10 10 9 8 8 7 7 6 6 5 4 3 2 1 geschwindig als bonus nein schade die grüne 11 10 10 9 8 8 7 6 5 5 4 3 1 und damit speed bonus mal zwei ungerade zahlen also noch mal 3 9 9 9 3 9 5 1 3 nun folgeregel 2 mit grün an nun folgeregel 1 10 10 8 6 4 ich packe meinen koffer mit memory ist das eigentlich im groben memory mit ne wie ist das maillon so ein bisschen wie maillon tippe neuner an nein doch 99 folgeregel 3 was war das krumme krumme 3 1 3 5 1 5 so schnell okay so viel dazu es erfordert echt ein bisschen hirnschmalz ja ich packe meinen koffer andersrum mit memory und mischung und maillon und ja das ist glaube ich zusammengefasst für 1 euro 79 probiert selbst ja entscheidet selbst soviel dazu wir sehen uns spätestens nächste woche zu einem neuen abster check bis dahin also tschüss tschüss